Wenn du an Taubheit, Krämpfen oder einem Kribbeln in den Händen oder Füßen leidest, hast du möglicherweise eine Art von Nervenschaden, der als periphere Neuropathie bezeichnet wird. Die gute Nachricht ist, dass bestimmte Lebensmittel helfen können, Nervenschäden zu reparieren und dein Nervensystem zu unterstützen. Hier sind die fünf besten Lebensmittel für dein Nervensystem. Nummer 1. Fetthaltiger Fisch Fetthaltiger Fisch ist reich an Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungen im gesamten Körper reduzieren und geschädigte Nerven reparieren. Der menschliche Körper kann Omega-3 nicht selbst herstellen, daher müssen sie über die Nahrung aufgenommen werden, zum Beispiel durch Lachs, Sardinen, Makrele und Thunfisch. Das DHA im Fisch wird als Rohstoff für den Aufbau neuer, gesunder Nervenzellen verwendet, während das EPA die Entzündung um das Nervengewebe reduziert, sodass es heilen kann. Nummer 2. Avocados Avocados sind einige der stärksten Superfoods der Welt, da jeder Avocado durchschnittlich 800 Milligramm Kalium enthält. Kalium hilft bei der Erzeugung von Nervenimpulsen, die kontrollieren, wie sich deine Muskeln entspannen und zusammenziehen. Dies kann helfen, deinen Herzschlag zu regulieren, Muskelkrämpfe zu reduzieren und die Nerven vor Schäden durch hohen Blutzucker zu schützen. Nummer 3. Milchprodukte Milchprodukte enthalten L-Tryptophan, eine essentielle Aminosäure, die dir hilft, besser zu schlafen, indem sie bestimmte Neurotransmitter im Gehirn stärkt. Griechischer Joghurt, Milch, Käse von grasgefütterten Kühen und Hüttenkäse sind ausgezeichnete Quellen für Tryptophan. Besserer Schlaf kann Nervenschäden verhindern und Probleme wie Angstzustände, chronische Nervenschmerzen, periphere Neuropathie und Depressionen reduzieren. Nummer 4. Muscheln und Schalentiere Muscheln, Miesmuscheln und andere Schalentiere sind reich an Vitamin B12, das für die Bildung der Myelinscheide, der Schutzschicht um die Nerven benötigt wird. Ein Mangel an Vitamin B12 kann langfristige Nervenschmerzen und Neuropathie verursachen. Daher wird empfohlen, mindestens einmal pro Woche eine Portion dieser Schalentiere zu essen. Nummer 5. Sonnenblumenkerne Sonnenblumenkerne sind vollgepackt mit Vitamin E und Magnesium. Vitamin E schützt die Nerven vor Schäden durch freie Radikale, während Magnesium hunderte von chemischen Reaktionen im Körper unterstützt, darunter die Entspannung der Nerven und Muskeln. Dies kann helfen, nervenbedingten Bluthochdruck, Migräne, Muskelkrämpfe und Angstzustände zu behandeln. Integriere diese Lebensmittel in deine Ernährung, um die Gesundheit deiner Nerven zu verbessern. Teile deine Erfahrungen und Ergebnisse in den Kommentaren und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine unserer informativen Videos verpasst. Bleib gesund und glücklich!